Yo Freunde und herzlich willkommen auf meinem Kanal DutchCoaster XXL. Mein Name ist Dave und ich stehe hier in einer Setzung, der ihr normal von mir gar nicht so gewöhnt seid. Also das hier. Aber auch das hier. Würde ich euch jetzt in den nächsten Tagen nicht zeigen können. Um genau zu sein, bin ich der 28. März 2024 am Donnerstag nach der Saisonseröffnung gefahren in Phantasialand. Und einen Tag später bin ich direkt nach Heidepark in Soltau geflogen für der neue gruseligste Tag, weil Deutschlands der Dämoningruft. Da war die Eröffnung und ich habe das alles gefilmt. Kleine Teile suche ich gerade eben mit meinem Handy. Größtes Teil, aber mit meinem GoPro. Und in der GoPro sitzt eine winzig kleine SD-Karte. Und genau die SD-Karte hat jetzt gesagt, nein, mit Ostern habe ich gar keinen Bock, um irgendwie mit dir Videos zu schneiden. Und hat dann einfach mal einen dicken, fetten Error angezeigt. Ach du Scheiße. Ja, jetzt habe ich gedacht, dass es vielleicht irgendwo am System lag. Aber letztendlich hat sie dann herausgestellt, dass die kleine winzige Karte hier einfach kaputt ist. Ich kann jetzt nichts daran erkennen, aber sie tut es nicht mehr, sie ist kaputt. Und damit sind 270 Videos aus der Phantasialand und aus dem Heidepark verschwunden. Mega, mega schade, mega, mega doof. Andererseits auch wieder nicht, weil ich kann nochmal zurückfahren in die Parks. Und ich würde das auch liebends gerne ganz schnell machen. Ich muss mich das jetzt alles wieder ein bisschen zusammenreimen, weil ich nebenbei auch noch eine Firma habe. Ich arbeite auch noch jeden Tag. Also muss ich eine kleine neue Planung machen. Aber das würde ich auf jeden Fall schnell machen wollen, weil der Dämoningruft natürlich gerade erst geöffnet hat. Am Freitag, wo ich da war, aber wo dann diese Karte gesagt hat, kaputt. In dem Moment übrigens noch nicht. Erst hier zu Hause habe ich das bemerkt. Da hat er dann Erro angezeigt. Und Phantasialand ist für mich natürlich näher dran. Fahre ich auch ganz schnell nochmal hin und zeige euch dann alle Neuigkeiten. Mit unter anderem Avoras. Die neue interaktive Kletterwand, die da gebaut ist in Fantasy. Also der Hammer war das auf jeden Fall. Ja, also ein bisschen Glück habe ich. Ich kann nochmal zurück. Ein bisschen doof ist, dass ich jetzt, wo ich wirklich Zeit habe, mich mal die Videos zusammenzuschneiden, es nicht schaffe. Meine Videos sind sowieso immer ein bisschen später online, weil ich einfach nicht so der Technikus bin. Ich muss mich da wirklich versetzen und die Zeit vernehmen, um das alles zu schneiden, der Kamera zu verstehen. Auch nach anderthalb Jahren gebe ich mich immer Mühe, aber finde ich es sehr, sehr schwierig. Deswegen sehr schade, dass es jetzt nicht geklappt hat. Der Glück, wir fahren nochmal zurück zusammen. Ja, willst du da nichts für verpassen, sage ich jetzt schon mal, mach mal ein Abo auf Dutchcoaster XXL. Dann nehme ich dich wieder mit nach der gruseligste Darkwein in Deutschland und nach Avoras, der neue Kletterpark in Phantasialand. Da kommt noch was Neues an. Etwas Neues auf Dutchcoaster XXL. Etwas ganz Neues. Okay, let's go. Borki, Torki, Freizeitpark. Auch darüber würde ich jetzt noch nicht so viel erzählen, aber bald kommt dieses Format auf meinem Kanal Dutchcoaster XXL. Und das wird eigentlich für mich ein kleines Projekt, was ich gestartet habe. Ich als unprofessioneller YouTuber würde das dann mal für euch machen. Und ich hoffe, dass das wirklich ein cooler Format wird mit ganz vielen anderen Leuten. Die Videos mache ich sowieso seit anderthalb Jahren für mich echt eine kleine, kleine, kleine... Ich finde es fantastisch, wirklich. Ich gehe in die Parks, nehme das Video mit, habe so viele neue Freunde gemacht in die Parks, coole Leute kennengenähert, die die gleiche Interesse haben und genauso viel Bock drauf haben, wie ich das habe. Also das ist schon mal der Hammer. Ja, liebe Freunde, normal würde ich jetzt sagen, hat euch das Video gefallen, dann mach mir eine dicke, fetten Daumen nach oben. Aber weißt du, dieses Video war gar nicht so ganz cool. Also würde ich einfach fragen, willst du mich unterstützen und findest du es cool, dass ich nochmal zurückfahre? Dann würde ich sagen, mach mir eine dicke, fetten Daumen hoch. Ich würde mich freuen über ganz viele Däumchen dieses Mal. Und bist du nicht abonniert, dann abonniere dich mal kostenlos auf meinem Kanal, weil dann kann ich euch mitnehmen auf die Reise im 2. 2024 durch Freizeitparkland. Und auch nochmal nach der gruseligste Dark Ride Deutschlands, der Dämonikruft in Haiderpark und Phantasialand. Also in diesem Sinne, liebe Freunde, bedanke ich mich für das Zuschauen und sage ich bis nächstes Mal. Trotzdem haben wir noch immer richtig viel Bock drauf. Ciao.